moin leute und heute mal nach zwei wochen wieder eine runde mal fortnite oder halt so ein video überhaupt nach zwei wochen mit camps ähnlich so wirklich also mal mit bandy camp ja ja ops benutzt aber ich ja muss doch mal alles einstellen halt da ich habe auch gerade mir halt wirklich so 7,1 kilo bionicle teile bestellt einfach so also es war halt auch nicht so billig aber auch nicht so zu teuer aber jetzt habe ich halt sieben tonnen bionicle teile und jetzt muss ich einfach alles nach anleitung als zusammen finden bauen ja ich habe schon so einen kugel so blauen kugel gebaut von einem parakeol wie die heißen so in schwarzen eine fast fertig nur die maske viel bei nur der kopf fehlt ja aber ja wir machen mal mit vorseit ich habe auch die view ab ok copywise will ich und ich habe auch 10 wins 10 wins so ich glaube jetzt zwei köpfe auf einmal zwei kopf lama und ich hoffe es funktioniert diese runde jetzt weil immer durch nach nach 20 uhr packt einfach mein komplettes ja halt fortnite und ich kann keine runde mehr so also ich kann reingehen also so kurz nach 20 kann ich auch reingehen so zwei spielern und dann werde ich einfach so gestoppt also ich kann mich nicht bewegen außer mit dem schwert und seine mission kann ich schaffe ich einfach nicht diese zu machen also ich weiß wie man diese mission macht so man dreimal und nur mensch epische waffe ist es eine epische wahl mit nur eine 3 ergründen schafft wir halt wieder so schaffen kann ich nicht will ich auch nicht schaffen wahrscheinlich weil morgen bin ich eh weg für fünf tagen in österreich das wird auch mal spannend österreich vielleicht wird da vielleicht aber unbeschädigt wie auch so tik tok machen und schießt du diesen gelb you up ok jetzt kopiert weg und verdammt was bist du denn was bist du denn was du uns überhaupt ja angeben ja wo landen wir jetzt eigentlich hier weil ich diese eine mission ist eine oster einer ist es so vogelvieh da ich habe auch zwei geschafft aber diese überlebe stummfasen während du ein bisschen epische waffe kriegst der wie ich habe im inventar also ich will die die nicht mehr schaffen weil ich bin ich bin halt im österreich und ja so deswegen ich sage aber egal ich bin weg schnell ein hohn hat so habe ich jetzt auch so eines auftrag gibt ja ein hohn hat so Ja, schau weg. schnell weg von hier ich hab kein bock grünes eis richtig nice ja gibt am nächsten weg hier aber ich gehe lieber ja komm ich gehe da nur tun es war geil exotisch war wir auch richtig nice schnell gibt es wahrscheinlich klingt oder halt sowas auto wird richtig nicht so mut oder zwei auch richtig nice sowas rotes ist ob hier was soll gut das war noch 30 die last sind ich bin die sind ein spiel da machen und die belohnung abholen nein ich wünsche ich auch die mission nicht schaffen weil ich morgen ein scheiß spieler ist da es verzweifelt das gefühl ich hoffe es ist noch der spieler noch da liebe richtig nice bessere pistole ja er ist noch da ich bin ich bin Achso, ich wusste nicht mal, es gibt so eine schöne Zeit. Warte mal. Achso, ich gebe mir Waffen sogar, richtig nice, also so Munition, jetzt werde ich richtig geil, so eine, ich habe so ein Geld, Meer, perfekt, Eisen. Ich gebe es heute gerne, jeden, richtig nice. Noch ein bisschen. Das ist ein Spieler, Digga. Jo, warte, okay, er will nach oben. Ich dachte, er geht da. Ach, egal, er geht nach oben. Schnell zum Auto und... So schnell ist das Radio weg und... Ähm. Ja. Ich hoffe, er ist noch da oben und wir können killen. So dumm. Wo ist er? Jetzt. Jo, es wäre halt nicht schade. Das ist echt nicht geil. Hat neue Waffen, aber ja, also vielleicht sind sie waren schon, aber ja, für dieses Kapitel sind sie jetzt neu wieder. Ja. Das ist der Spieler noch da oben. Schnell der saufen. Okay, ich gehe jetzt halt wieder hoch und wieder runter, weil ich runterfalle oder halt sowas. Jo, ich kann springen, das ist richtig geil. Doch nicht. Wo ist er verkackte Spieler? Achso, jetzt da oben. Darum habe ich auch dieses Emote gekauft. Nee. Gave you up. Never a day. Den Scheiß brauche ich nicht. Jetzt wieder... Wir haben halt... Da... Also schon gel... Ich dachte schon, zum ersten Mal würden alle Safes gelooten, aber nee. Da ist noch einer. Due Reverend Wincular. Und noch jetzt das Fleisch rhinos gelooten, oder? Und noch ein gleich şeker thyme um schlauch. Zeh mich schon oben raus. Ich cause hier einen Schlauch. vor allem auf euch auch recht ist es ist halt ein bisschen schade ich kann die uns auch nicht mehr machen aber ja perfekt diga perfekt und sei schadet eigentlich nie perfekt die insel wird gleich glaube ich kann die insel nicht mal da für die go aber wo gibt es denn jetzt noch 30 leute da der hat mache ich auch die halt jetzt exotische waffe schlechte ich nehme die nicht weil die halt scheiße ist also von den waffen die tausend mal besser die waffe hier jetzt die insel ja recht nicht so geil ich mach mal das zu ende ja jetzt packt schon rum noch bisschen noch bisschen schneller machen oh mein gott diga geile waffen exotische last ist eine etwas eine katana richtig nice jetzt wird auswechseln was gibt es dann nur gehalts pizza nachher so jetzt diese insel und mit katana jetzt oder für mich so sprüngen weil das auch nicht ja es wird schon übernommen das ist halt sehr scheiße das gefällt mir gar nicht jetzt dass da halt so geschossen wird das ist egal ich schieße auf einmal die dac un da ich schieße auf einmal die dac un 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 und das gefühlt jetzt wie gar nicht ach scheiße ich hoffe ich bekomme jetzt die Waffe weil die recht gut nein ja genau ich komme jetzt da nicht hoch wieso ich pack das geil so rum die ist das ok also wieso ich sofort so leckt es wo ist es runter gefallen wo ist es runter gefühlt ich wollte jetzt raus ach da ich dachte schon jetzt sind backhooms aber jetzt habe ich eine geile Waffe ich bin einer der besten in der season eine sniper geile sniper doppelt und ja halt ein doppeltes sniper eine gute pump ein schwert und noch die beste heilung ich bin so als ich soll zweimal die best also eine der besten pumps was willst du mit mir ständig ich brauch dich eigentlich nicht du sagst du und deine sachen was gibt es denn da jetzt am mittel den scheiß 2 ey 3 wow wo ist das wo ist das ja ich katana ist nur schlott ok zum ersten Mal nicht zerstört wurden vor allem der bis ja das trifft ich mir gar nicht weil er jetzt da chillt ja ich bin ich nicht gut jetzt aktuell vielleicht gewinne ich noch sieben Leute und ja auch schluss kein schluss nicht mal mehr weil es kann nur schlott Sachen hier gab und wo noch fünf Leute noch vier anderen also sozusagen von da oben wahrscheinlich sind so ein Harald digger aber es sind auch keine Leute da oben also von weg vor dem ja ja das gibt es also nicht hier jetzt wird aufgeladen soll verbessert jetzt ich merke mit diesem Punkt also ich möchte nicht den Punkt weil es hier halt so im Bett geheißen und noch das ist ein Typ davon jetzt hat er Angst jetzt hat er Angst jetzt hat er Angst ja wo dann der weg jetzt aufhören das sind jetzt diese zwei Typen da ich hoffe sie können sich jetzt gegenseitig anstatt mich das sind jetzt ganz nah bei Jander boah scheiße der hat sich gleich nah ich hab so gute Items digger ja geil noch mehr Waffe gewonnen digger sofort ein win digger gewonnen einfach gewonnen einfach zufällig ein win oh mein Gott der Dino Dino Power einfach gewonnen weil es war halt schlau die Sniper doppelt zu machen es war alles geplant alles wie es ablaufen müsste das war nicht zufällig weil ich diese Mission hatte mit so einem Spieler es war alles geplant hotdog und win einfach alles einfach alles digger und das war's mir eine gute Folge von fortnite 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 was glaube ich denn abonniert mich und äh halt also abonniert mich reitet wieder und aktiviert die Glocke wenn ihr nichts mehr verpassen wollt ciao